Hallo euch meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben ja viele, viele neue dazubekommen. Willkommen an alle, schön, dass ihr da seid. Und einige von euch haben meine Top-Ten-Listen von früher entdeckt. Seit 2017 habe ich immer wieder komplett alle Skins einmal durchgetopplistet, also alle Waffen, die es eben gibt, CZ, Diegel, Galil, Aka und so weiter und so fort. Und euch in diesen Videos eben immer einfach meine Top-Ten, der zum Beispiel der St. Igles gezeigt. Das konnte man natürlich eigentlich jedes Jahr aufs Neue machen, weil halt immer wieder neue Skins dazukamen. Jetzt ist es natürlich ganz besonders, da CS2 da ist und sich die gesamte Verteilung mitunter stark verändert, wegen diesen Shiny-Skins. Und genau auf den Trichter sind jetzt bereits einige gekommen und haben mich gefragt, wie sieht es aus, machst du mal wieder dann eine neue Top-Ten-Liste für 2024? Ist ja direkt Anfang des Jahres, passt doch perfekt. Und genau das werde ich jetzt wieder machen. Erstes Top-Ten-CS2-Skins-Video in 2024. Servus und herzlich willkommen, meine Waschmaschine läuft gerade, entschuldige. Wir arbeiten uns dann ganz normal wieder durch die Pistolen, durch SMGs, Helvys und so weiter und so fort. Und um traditionell dort zu starten, wo wir immer starten, starten wir mit den CZs. Auf meinem zehnten Platz liegt jetzt CZ-75 Auto Red Astor. Und ich sag hier nochmal dazu, die Shiny-Haftigkeit hat bereits hier meine Liste extrem verändert. Es sind ganz viele Sachen gar nicht mehr drin in meiner Top-Ten, die früher über Jahre hinweg in meinen Top-Tens eben mit drin waren. Ich denke, das wird sich bei allen anderen Waffenarten auch so verhalten. Kostet aktuell 1,38 Euro in FN, wobei man auf Skinball-Rum wahrscheinlich, wenn man etwas genauer guckt, auch Schnäppchen machen kann und günstiger einkauft. Platz Nummer 9. Da liegt die Tacticat, auch ein geiler Skin, da gefällt mir wiederum die Farbe etwas besser oder die Farbverteilung etwas besser. Boss, das passt natürlich zu mir. Ja, ist immer wieder ein nicer Skin und eben auch ein verspielter Skin, Sex-Poto und sowas. 1,47 Euro in der FN. Die Yellow Jacket liegt auf einem achten Platz. Hier gefällt es mir wieder sehr, sehr gut, dass sie recht, also recht glänzig ist. Sie ist nicht so krass glänzig wie manch andere Skins, aber vor allem hier oben an der Kante, wie ihr die Farbe vorbeischallert, dann eben noch das Gelb mit dem dunklen Grau gemischt. Sehr schick. Ich glaube, mir sind generell gelbe Skins seit CS2 so ein bisschen eher ins Auge gefallen. Früher habe ich, glaube ich, oft gesagt, na, gelb, kannst du da Hase kämpfen. Aber mittlerweile, na, na, kann man schon machen. Bis zu 11,65 Euro in FN, na, zahlt man schon ein bisschen mehr. Der siebte Platz ist belegt von The Emerald Quartz und hier fängt es schon an. Ich weiß nicht, ob dieser Skin damals überhaupt in meiner Liste war, aber ich finde den ultra gut. Viele, die mich bereits kennen, wissen, dass ich halt ein Fable für Grün habe. Ich bin ein sehr großer Grün-Fan. Grün ist meine Lieblingsfarbe und ich finde die richtig, richtig nice. Auch wenn das so ein eher, ich sag mal, lascheres Grün hier unten ist, aber die gefällt mir ultra gut. Und ist jetzt halt einfach durch CS2 auch wieder hier oben, ne, die Glänzerei. Schaut euch das mal an, wie das Ding einfach vor sich hin glänzt, gefällt mir dadurch halt sehr gut. Auch der Preis lässt sich sehen. Ich weiß nicht, ob das erst seit CS2 so ist, aber hier kann man mal locker 141 Euro in FN hinlegen. Vom Aussehen her würde ich nie im Leben so viele dafür zahlen, aber sie ist schon geil. Die gute alte Eco liegt auf meinem sechsten Platz und die ist auch einfach stabil. Das ist so ein schöner Skin. Grün-Weiß und dann diese Bienenwaben-Optik hier drauf. Sieht man, glaube ich, nur, wenn man so richtig sich ins Gesicht hält. Das ist ein sehr schöner Skin, der mir schon immer gut gefällt. Ich glaube, die war oft in meinen Top 5 oder sogar Top 3 mit drin, die Eco. Mit ein bisschen was über 2 Euro in der Anschaffung ist sie, ja, vom finanziellen Aspekt her gesehen, sehr gemütlich. Platz Nummer 5, die Xiang Yu. War die meine Top 1 früher? Ne, ich glaube, die Eco. Ich habe nicht in die alten Sachen reingeschaut. Ich wollte mich auch nicht davon beeinflussen lassen. Ich wollte einfach gucken, wie jetzt mein Stand eben aktuell ist. Und ja, sie ist auf dem fünften Platz. Ist schon ein sehr, sehr geiler Skin. Auch wegen den ganzen Details da drauf. Die Schlange und so weiter und so fort. Sieht halt mega bängerig aus. Und mit 12 bis 13 Euro würde ich auch sagen, ist sie noch so im Bereich des Möglichen. Platz Nummer 4, die CZ75 Auto Victoria. Hier schlägt natürlich auch CS2 wieder ordentlich rein. Guckt euch diese Glänzerei an. Guck mal, da hinten der Abzug. Guck mal, der goldische Abzug. Oh, Geldtechnik 13 Eier. Eier kommen. Hopp. Kann man mal hinlegen. Nun folgen meine Top 3. Und hier ist es sehr schwierig. Ich habe es die Jahre davor immer wie folgt gemacht. Ich habe immer gesagt, so, jetzt kommen halt die ersten drei Skins. Vielen lieben Dank für den Einkauf bei Holi. Ich glaube, man konnte es nicht sehen, aber man hört halt den Sound. Der ist so eingebunden ins OBS, dass der halt abspielt, wenn jemand einkauft. Vielen, vielen Dank. Kurz geht raus. Mein Partner-Link zu Holi befindet sich in der Videobeschreibung. Ja, also ich habe euch dann immer raten lassen, was ihr wohl glaubt, was auf meinen oberen drei Plätzen ist. Und wenn man sich bereits eben eine Top-Ten-Liste im Gesamten angeschaut hatte, also von 2017 zum Beispiel und vielleicht auch die von 2018, und dann konnte man 2019 so recht gut erahnen, was wohl auf meinen Top 3 ist. Aber hier ist es vielleicht ein bisschen schwer, weil jetzt fühlt es sich wirklich wie so ein kompletter Neustart an. Also Top 3, was glaubt ihr wohl, was da bei mir so liegt? Ihr habt ein paar Sekunden Zeit. Die Syndicate liegt auf meinem dritten Platz. Oh, guckt euch das an. Wow. Als wenn sie glasiert wäre. Komplett glasiert. Guckt ihr doch mal den Skin-Ord. Oh Mensch, Jürgen. Der blaue Abzug. Ich finde, es ist so eine ultra gute Entscheidung gewesen, dass sie bei dem Skin einfach einen blauen Abzug genommen haben. Sehr, 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 sehr gut. Pinyonsen-mäßig. FN. 6 Euro. Mehr nicht? Da muss ich mir ja fast wieder überlegen, eine Runde CZ zu spielen, obwohl ich sie überhaupt nicht kann, weil da gefühlt gar keine Munition drin ist. Du kaufst die, läufst dann zu deinem Spot und dann ist sie leer. Zweiter Platz. Dieses Schmuckstück hier. Boah. Guckt euch das Teil an. Die Silver ist so krass. Also man könnte auch irgendwie Whiteout oder was weiß ich dazu sagen, also weil sie halt so extrem weiß aussieht. Guckt euch diese Blendung an. Das sieht doch so nice aus. Ich denke, man merkt, dass mir diese Flashy-Haftigkeit von CS2 einiges angetan hat. Also im Sinne von Skin-Geschmack. Ich finde das so nice, wenn die Skins glänzen. Und wenn man dann auch noch einen, ich sag mal, mittelmäßig stark glänzenden Skin hat, der sogar in meiner Lieblingsfarbe vorhanden ist. Übrigens, die Silver kostet 4,50 Euro in FN. Dann kommt man auf meine Lieblings-CZ-75-Auto zu sprechen und zwar die Emerald. Ja, es war wahrscheinlich dann doch ein paar zumindest dann sukzessive klar, dass es wohl in diese Richtung gehen wird. Sobald Flashy und Grün genannt ist. So ein geiles Ding. Ich finde, sie könnte noch ein bisschen krasser glänzen. Also so ein bisschen wie die Silver auch. Aber ja, ist schon mega. Und ihr werdet es nicht glauben, auch hier hat man noch mit unter 30 Euro eine mittelmäßige Chance, da reinzuschallern, ohne dass man halt hier unendlich viel Geld dafür ausgeben muss. Es wäre nice, wenn sie hier das Magazin und auch vielleicht den Grip hier irgendwie noch anderweitig bedazzelt hätten. Ich kann aber auch nicht genau sagen, wie vielleicht einfach komplett dann silbermäßig oder sowas. Oder in einem anderen Grün. Aber so geht es dir trotzdem klar. Und das hier ist zum Beispiel ein Skin, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war bei meiner sonstigen Top-10-CZ-Reihe überhaupt gar nicht mit dabei. Und falls doch, bestimmt nicht so weit oben. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau. Wie gesagt, ich habe überhaupt nicht reingeschaut. Ich wollte mich da nicht von meinem alten Ich beeinflussen lassen. Ja, das war es dann schon wieder. Ich gucke mal, dass wir einfach irgendeinen Skin für die Wumme raushauen, jetzt als Giveaway. Ich weiß nicht, ob ich es immer machen kann, ob ich irgendwas Passendes habe, aber hier, guck mal du. Hier habe ich ein leckeres Stat-Track CZ-75-Auto-Eco für euch zu gewinnen. Das Einzige, was ihr hierfür tun müsst, ist, dass ihr eurem Kommentar, eure eigene Top-3-Liste, Top-5-Liste, Top-10-Liste, wie ihr eben lustig seid, hinzufügt. Also ich würde gerne wissen, welche CZ-Skins sind bei euch wie angelistet. Haut sie in die Kommentare, meine Damen und Herren. Ich löse das heute erstmal kein Giveaway auf, weil jetzt gleich Stream ist und ich mich beeilen muss. Und ich erwähne es hier auch direkt, wo wir schon dabei sind. Livestreams gibt es dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es immer Skin-Giveaways, Viewer-Games, jede Menge Spaß und Geselligkeit. Also kommt dran, let's go. Ja, und dann sehen wir uns gleich im Stream, falls du Zeit oder Lust hast. Oder morgen oder halt nächste Woche Dienstag. Ja, oder im nächsten Video. Vielen lieben Dank für die Kommentare. Haut da rein und bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dickenfette Mutter auf die Instagram-Messe.